Servus, liebe Freunde der Sonne! Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Schlacht in Mittlereide 2! ADH! Möchtest du nicht lieber links unten starten, Domi? Ne, macht keinen Sinn, ich find's so richtig... Würde ich sagen, es macht mir Sinn, links unten? Ne! Dann halt nicht! Weil dann haben wir... kein Eck! So... Oh gut, wir spielen hier mal wieder auf Land hier Lammert, die hab ich mal vor Ewigkeiten gefunden... Ei, äh... keine schlechte Spielkarte! Daher spielen wir die jetzt mal! Ach was! Jo, schauen wir mal! Ihr seht mich! Wie der Seppi immer noch so langsam lädt, obwohl er jetzt schon einen neuen Computer hat! Ja, den er nicht benutzt! Das ist ja nicht mein Computer! Das ist ja egal! Oh, Toni lädt so langsam, hast du die Qualität hergestellt, ha? Ne, hast du mich letztes Mal schon gefragt! Und nein! Nichts verändert! Ich hab sie auf Mittel, glaub ich, oder so, ich hab sie auf Standard! Momentan! Warum? Wieso? Keine Ahnung! Wenn ich's höher mache, dauert's noch länger als sie von daher! Ah, jetzt bist du der Langsamste! Jo! Guter Punkt! Guter Punkt! Mhm! Der Laptopf! Ja, gut! As it didn't hit! Mhm, ja! Ja, auch so'n geiler Satz von Worms! That missed! As it didn't hit! Das ist ein Schwachsinn! Ach, was? Echt? Er hat den verpasst, als er ihn nicht getroffen hat! Wo ist der Bauplatz? Ja, bisschen komisch aber, dass man jetzt von Land hier lammert! Er ist so weit unten das Ding sieht! Aber das ist ne riesen Map! Ja, ist ne riesen Map, aber die Kamera ist sehr weit unten! Und jetzt haben wir die ganze Zeit nur in der obere Karte an sich gespielt! Das ist voll... äh, komisch! Naja, ich find's... Ich bin da mal drin verstecken! Gut, gehen wir! Da mach ich jetzt gleich mal was rein! Warte! Eine witzige Sache, was! Wo ist dieses? Pass mal auf! Was? Ähm... Ja, toll! Kannste nicht vielleicht... Also... Sturm mit von Angmar, wie wär's, wenn du das nicht gemacht hättest? Ja, das ist eh... Der ist wichtig! Der ist... Die Fähigkeit ist voll geil eigentlich, wenn der Gegner... Pferde hat, ja! ...deine... Na, er Pferde und auf deine Gebäude geht! Ja, oder wenn da grad... Dabei ist, das Gebäude kaputt zu machen und du kannst es grad noch damit verhindern! Ja! Oder so, ja! Oder er will dich überreiten, kurz davor macht's... Ja, genau so! Verdammes geil! So blöde, wenn's verzögert ist, bumm, durch! Und dann... Dann... Dann blöbelst du dich nach andern! Also da oben... Da bin ich auch noch nie gestartet, wenn du jetzt startest! Ich... Hier! Komisch! Lieber... Ich wär sogar echt lieber links gestartet! Weiß nicht... Ohne Flachs! Nein, nein, nein! Dann bin ich ja so im Eck! Nein, nein, nein! Siebzehn! Wir verwenden nur bestes Material! Für den Äxtenzwerge! Wir werden wahrstens! So, wo bleibt der jetzt? Da ist er! Wo ist er? Mein Zuchtmeister! Nein! Ich hab mit Hosen geschissen! Wir sind unter uns! Ich bin mit Hosen geschissen auf dem Tisch und aufgeschreibt, ein Prosit der Gemütlichkeit! Ich geh zum Sabi! Und Domi lässt wieder allein, oder wie? Ja, der kann das! Okay... Tschuldigung... Zu den Ängsten, Zwerge! Du bist da bereit! Du siehst fest an, was... Aber auch nicht zu weit vorlaufen, nicht, dass der Reiter kommt! Wär ich? Ja! Mach's doch! Du könntest aber probieren, vielleicht das Gebäude da oben einzunehmen! Nee, nee! Ja, aber gerade nicht zu sagen... Nicht zu weit zu bringen! Geh nicht zu weit vor, aber nimm das Gebäude am besten dabei! Bist du auf der Mitte der Karte, du lenkst... Wart mal ein bisschen, aber beeil dich dabei! Wir sind auf einen Vorposten geschoben. Warte mal, ich bin da. Okay. Seppi, ich würde an deiner Seite links eher aufpassen. Da kommt er eigentlich selten. Ja, trotzdem. Das ist das Lustige. Denk mir so, ja, stell ich mir vorne hin, wenn er kommt, weil das Gebäude brauche ich eh nicht einnehmen. Das hat er nämlich garantiert schon. Halbe Minute später, schießt immer noch da, nichts passiert. Ja, toll. Und derzeit hätte ich ihn leicht einnehmen können. Komm, wie bei dir alles klar, ne? Ja, ja, ja. Das kam noch gar nichts. Ja, bei uns glaube ich auch nicht. Oder, Seppi? Komisch. Nein. Okay, cool. Das finde ich bei AOE 1 eigentlich ganz nett. Boah, das müssen wir mal wieder zocken. Das finde ich da eigentlich ganz nice. Du kannst schauen, ob die es verkackt haben. Das siehst du ja. Ja, an der 2-Mlein. Das ist so, in der Statistik, ja. Stimmt, ja. Aber das, dass sie so zweimal verkackt haben, habe ich bisher nur einmal gemerkt. Nee, schon. Im letzten Mal, da war der ganz links, der hat es auch total verstanden. Ja, ja. Der hatte dann eine Festung und Gebäude 2 und 2 Baumeister. Das war's. Ja, das hat nichts gekriegt. Der hat nichts gemacht, einfach. Jetzt verstehe ich bei einem nicht. Oh, unten links ist Angmar. Hat mir mein Gebäude gleich kaputt gemacht, hat sein Landverpesten drauf gemacht. Ist mir aber scheißegal. Okay. Das ist das Geilste. Er macht Landverölung drauf und dann greift das an. Hm. Anstatt ein anderes zu wählen. Aber da kommen mehr. Ich glaube, ich könnte... Vielleicht Hilfe. Oben kommt noch was. Wo? Okay, ja. Hab ich. Oh, die Kümmel-Dicht. Jo, Kümmel-Türk. Das ist das neue Eis, gell? Wegen Integration und so. Kümmel-Knoblauch nicht. Was? Kümmel-Knoblauch nicht. Was? Achso. Eis-Kümmel-Knoblauch nicht. Kümmel-Knoblauch nicht. Ja. Ein integriertes Eis. Mit einem Halbmond als Waffel oben drauf. Haha, genau. Wie, als Waffel? Halbmond? Halbmond-Türkisch. Hey, aber wie, wie, als Waffel? Ja, halt so, du hast doch so'n Eisbecher und da ist immer so'ne Waffel oben drauf gesteckt und der hat die Form eines Halbmondes. Achso, jetzt, ja, klar. Natürlich. Das hilft, glaub ich. Nein. Tss, bescheuert. Hallo, es kommt von uns, hallo. Hallo. Ja, in Deutschland ist es gar nicht, das Band hier. Weite Fallzeit. Hey, meine Einheiten verlieren vor allem. Was ist los? Du bist scheiße. Ja, ja. Ich glaube, ich auch langsam, du. Ja, weil... Jetzt haben sie wieder ein Gebäude kaputt gemacht. Oh, das ist so'ne Scheiße. Eben mal auf diese Zucht, Meister. Ich mache jetzt auch mal diese Wolfsreiter. Jetzt lass mein Gebäude mal stehen, du Scheisspinne, hallo. Ich bin weg, kommt gar nicht zu. Hm, 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 hm. Wo sind die Gegner? Oben kommt viel, oder wie? Ja, guck halt hin. Der hat auch bei uns. Da kommt schon Maus. Kann ich nicht bestätigen. Äh, Toni, bissl rechts aufpassen noch. Ja, ja, ich helfe, alles cool. Ich hab ja meine Wolfsreiter hier. Schick mal zwei noch darüber, für alle Fälle Bewegung! Wir werden laufen! Sie nehmen unser Gebäude ein! Ja, sie nehmen unser Gebäude ein! Obacht! Ja, ich renne ihn gerade nieder! Sehr gut! Das mach ich mit einem! Oh, Landsträger! Hier muss man aufpassen! Schnell UN drücken! Auf der Festung! United Nations! Ne, halt für Banner! Steh da für Banner! Update und Banners! Die brauchen dann zwei Monate, bis die Blauhelder mal Bescheid bereitet! ZB, hilf mir! Da kommt was! Ich? Nein, ZB! Ich bin schon unterwegs! Der jagt mich! Ja, dann drehe ich auf zu mir! Das geht gerade nicht! Bleibt zusammen! Hier sind Sie! War ja klar, dass er da wiederkommt! Ey, die Drecks! Wir haben den Schießstand erweitert! Wir haben noch viel zu tun! Der Scheißstand wurde erweitert! Geh doch bitte auf die Halbrolle, ZB! Ich laufe schon, du läufst immer von denen davon! Diesen Schöner sind meine Zwerge! Ich weiß! Ich weiß, dass der Baumeister so schnell ist! Ach so! Ha! Mit Wölf und Spinn greift er mein Gebäude an! Was für ein Depp! Ja, ja! Die sind da echt scheiße! Lass uns bauen, Brüder! Der hackt! Oh, da sind Einheiten! Wir müssen unbedingt mehr Einheiten produzieren! Da sind Landsträger, ja! Ich seh schon! Ich versuch das ein bisschen mit meinen Wolfsreitern auszugleichen, aber... ... eher weniger! Mann, die sind vergiftet! Was soll ich denn? Eher erforschen, heilen oder reparieren? Reparieren! Heilen! Heilen eher! Reparieren hab ich grad gemacht! Kannst du mal reparieren? Nein! 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 Heilen habt ihr noch keine dauernd! Ja, so wie die Konsuela! Nein! 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 Ich mitnehmen! Nein, was? Nein! Das gehört mir! Nein! Das ist so bescheuert! Ohne Witz! Das ist ja schon ein bisschen extrem, dass sie sowas machen! Tööö! Weil ich meine, der Großteil der Bevölkerung hält genau das von den Mexikanern in Amerika! Hm, das ist eine amerikanische Serie! Hm! Ja, aber ich habe schon zusammen, wenn das erlaubt ist! Wie wär's, wenn ihr mal ein bissl... Klar, warum! Das sind Amis, hallo! Domi, könntest du mal helfen oder sowas? Ich hab schon ein Spinnennest kaputtgemacht. Den Baumeister haben wir verloren und da oben... Mann, ich brauch Hilfe! Sag's, wenn du Heilung brauchst. Nein, ich brauch Einheiten, schick... Ich steh so... Ich findest die Einheiten von mir. Ja, schön. Ich seh da oben einen Haufen Einheiten beim Domi, die nichts machen. Ja, die brauchst du verteidigen. Ja, wie wärs, wenn du mal bei mir verteidigst? Ich muss mich andauernd links und rechts bewegen und ich kann mich nicht aufbauen. Aaaaaaah, wie langsam die Reifen gehen. So kann ich mich echt nicht aufbauen. So können wir gar nichts. Nee, ich hab jetzt grad wieder nur drei Minen. Ich kann fast keine Einheiten... Halt da dir den Lanzträger drin, genau in die falsche Richtung. Hau die Wolfsreiter zusammen. Was? Der... Seppi da. Der ist der Zwerg. Dreh dich doch um mit deinen Lanzträgern! Ich kann nicht auf alles aufpassen, jetzt mal ganz ehrlich! Ja, wenn die Wolfsreiter dich da angreifen, du hast Lanzträgern, läufst davon. Du musst nur einmal das Luft stecken mit dem Blatt. Weißt, ich muss da aufpassen und da aufpassen und immer, immer, immer muss der Seppi aufpassen. Das sind deine Einheiten, wie ist das gleich? Wollte nur einen Tipp geben. Hm! What the fuck? Der hat bei mir einen Schlachthof gebaut. Achso, es geht ihm wieder Platz aus, obwohl sie eigentlich weitaus genug Platz haben. Und vor allem, das ist vielleicht eine Bildschirmlänge von meiner Festung. Meine Einheiten haben nichts gemacht. Ja, normal. Gar nichts. Sie sind zu weit weg! Freiklinge, sie gehen. Ja, so ein Troll. Und hier sind sie! Oh lolololololololo ist Feuer! Ausfall! Eieieieiei! Ich will mal in den Wagen machen. Feines Zwergen, habt ihr? Oh, nice. Oh, Mann, das würde wieder so eine Zitterpartie jetzt. Alter, Seppi, schau mal bitte auf mein Bildschirm jetzt. Ja, ja, ich sehe Feuerball. Achso, du hast so einen Magiestoß. Ja, du hast einen Magier. Boah, wie wäre es, wenn ihr mal helft? Hallo, die sind bei mir voll drin. Ja, aber scheißegal, oder? Ja. Jetzt reicht es mir. Jetzt werde ich hier... Ich warte noch, bis der ist kaputt. Wenn man das falsche Ende hinlaufen, dann ist das natürlich klar. Halle auf, mein Helden. Ja, es wird Zeit, seht sie euch an! Ich muss da... Oh, lass doch mal bitte... Scheiße, 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 scheiße. Alter, hierher mit euren Extron. Alter, ich werde voll niedergemäht. Wahnsinn. Ich kann nämlich nicht meinen Helden machen, das wäre jetzt nochmal praktisch. Alter, wie viele Einheiten der ist, Bernd. Hey, da ist irgendeine Beschwörung, ist die von uns? Das meine... Achso, ich habe alles... Ah, ich verstehe, ich verstehe. Macht natürlich Sinn. Wenn man mit mir natürlich wieder die ganzen, äh, Gebäude kaputt macht. Weil damit kann ich mich fast expound. Also fast... Ich kann keine Bevölkerung. Bevölkerung, Bevölkerung. Achso. Ja, ja, ja. Das ist scheiß Spinnen, ey. Macht sie halt mal kaputt. Seht ihr sie? Geht in Stellung! Zum Angreis! Wir werden was besuchen! Axtschleudere! Zum Glück kostet, äh, zum Glück, ähm, muss man hier auch noch extra auf die Dinger aufpassen. Äh, wenn, wenn der das fluchte Land macht auf dein Gebäude, dass der nicht auch noch, äh, weniger Bevölkerung haben kann. Das Gebäude, das wäre schon bitter. Ach, das ist ja, das ist ja auch mal wieder lustig. Kaum habe ich meinen, ähm, Streitwagen, kommen schon sofort. Manzträger. Witzig. Sehr witzig. Sehr witzig. Witzig. Sehr witzig. Rrrrrr, jetzt fahren wir hier drauf, das ist eine sehr gute Dinger. Ah, das sind deine Einheiten, super. Das sind sogar meine, das ist sogar mein Streitwagen, guck mal, keine, kein Lanzenträger drin. Sehr gut. Das wäre so ein Lanzenträger, ein Streitwagen mit Lanzenträger. Ja, es gibt's ja, es gibt's. Ja, ja, es gibt's. Wenn du Bannerträger entwickelst. Gibt's aber eine gewisse Ironie. Oder die Herativen sogar. Haben jetzt auch irgendwo Lanzenträger drin? Die Reiter da. Das sind einfach Pferde, die Lanzen haben. So gastig. Ja, bringt das nix gegen... Doch. Ist schon besser gegen Lanz, ne, ja. Gegen, äh, Olifanten ist das, vor allem bei den Schwanen, äh, Seereitern. Ja, boah. Und was? Die haben Lanzen und die machen den Olifanten so dermaßen weg. Echt? Ja. Weil mit Lanzen, wenn, wenn... Dinger reinrauschen, passiert aber nix. Ne, ne, ne. Ne, weil sie das ja nicht können so aufhalten, das können sie nicht. Das können sie nicht. Wir kommen in die Attacke. Das ist ja ein Winterabschwunsch. An die Waffen! Stell auf diesen scheiß Trommeltroll. Ja, Bestie! Hehehe. Ich liebe es, wenn eine schwarze Pfeile auf irgendwelche großen Tiere macht. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Oh, Streitwagen auf Level 10. Mit... Also, ist er hinten drauf. Das ist gut. Level 5. Ja. Gut, Level 10, Level 5. Ist jetzt nicht so ein großer Unterschied, aber ja. Die sind doch feindliche Truppen hier und wo. Alter, die hat hier Sägewerke hingebaut. Das ist ne Frechheit. So eine, Entschuldigung. So eine Frechheit. Na, echt? Das ist ne Frechheit. Alter, dein Hals. Die reiten, gell? Das schaffen die schon nicht. Ja, aber die reiten auch so langsam, gell? Ja, stimmt. Slow-mo. Meine Fresse. Reite lieber mal nach oben, wo ich gerade hingehe. Da ist was los. Was ist da? Wo ist der Hals? Was ist los? Ja, und was? Gut. Moment. Ich bin gerade beim Seppi geschickt. Ja, der Wechsel. Direkt bevor ich bei seiner Kavalerie bin. Ich hab's schon gesehen. Und deswegen konnte er es kaputt machen. Ja, und deswegen. Ui, da. Der auf meinen EU-Meer geht. Ja, tot ist er auch noch. Genau. Es geht nicht ab, ey. Oh, so eine Scheiße. Geht's wieder? Der will meinen, meinen Stoß-Tal-Gruppe kaputt machen. Oh, mein Wagen. Oh, mein Wagen ist gleich kaputt. Oh, oh. Oh, oh. Mein Wagen ist kaputt. Kann man die eigentlich heilen? Was? Ja, weigen kannst du heilen. Die heilen sich auch selber. Ach, das ist frech. Also, Kampfrolle kannst du ja nicht heilen. Nein. Oh, da ist ein gewöchschendes Zettel bei dir, gell? Kann nix. Ich hab keine Einheit mehr. Ich hab keine Einheit mehr. Ich hab auch nix gehabt, was ich zu dir schicken kann. Tony, kannst du was schicken? Schick deine Einheiten hier links links. Oder mach dein Pfeilhabil rein oder irgendwas. Wohin? Mach eure Sperre weg! Hier, wo die ganzen Einheiten sind. Das sind nämlich nicht meine. Ach, jetzt hat er es wieder kaputt gemacht. Scheine an. Ich weiß nicht wo. Oh, warte. Ach da. Nee, ich hab grad nichts bei. Ach, nein! Also, ich hab meine Reiter, aber das Netz hat nen Scheißdreck gegen den Gewerksgrüssen. Schick halt. Jetzt lief's mal zu gut. Und dann kommt der Eimer kurz und keiner macht wieder was und ich verliere wieder. Ja, oben ist er ja auch. Schick halt! Ach so, da ist doch die Scheißdrecklinge oder was drauf. Ach so, da ist auch die Scheißdrecklinge oder was drauf. Mhmm. Die sind auch übel da. Soll ich heilen? Ja. Da kommt er mit so einem Scheiß, ähm... Hält hast du da noch keinen, oder? Nein, der will da mit dem Ramdock durch, gell? Obacht! Oh! Ja, da f... Ist aber gleich kaputt. Ach da ist er. Ja, das ist ja nur so klein. Irgendwas müssten wir hier reingeballert werden. Irgendwas. Ich hab aber nix. Ja, Feuerball hab ich. Hinten ist ja noch was. So ne Scheiße. Da kommt jetzt grad alles rein. WTF ey, die sind grad echt... Wie denn? Boah, ich checke das nicht. Ja, wie wärs, wenn ihr unten aufbaut? Ja, gut, passt schon, passt schon. Passt schon, der hat schon. Die da oben ist, die da oben ist. Der mit seinem scheiß Gebirgsriesen geht mir so hart auf die Sache. Ja, ich bin gleich mit meinem... Schütz nach oben beschützen, dann geh ich auf den Gebirgsriesen. Ne, mach ich schon. Kann's ja mittlerweile. Ach so. Ich kann ihn zumindest jetzt mal kurz verjagen mit meinen schwarzen Fallen. Kommt, jetzt greift ihn halt einfach an. Ah, jetzt bin ich mit dem Streitwagen bei seinen Einheiten drin. So, jetzt ist er hier. Oh, jetzt krieg ich's wieder hinter. Mein Streitwagen ist kaputt, weil er nicht rauskommt. Geilo. Ja, meine Streitwagen ist kaputt. Lach, Alter. Lach, Alter, ich hab da was. He, also ich hättest Bombe, ich könnte jetzt Speerfeuer. Ich mach da Pfeiler dran. Lass, 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 lass. Meine Bumschutz könnte es ja. Lach, lass, lass, lass. Lach, lass, lass. Lach, lass, lass. Und hin. Das ist schon geil, ne? Lach, lass, 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 lass. Ah, ich geh hin, ich geh hin. Geh du hin. Geh du hin, ich hab keine, ich hab jetzt null Einheiten mehr. Malin wäre stolz auf uns, Mutti. Das ist doch wahr. Ja, ja. Der will natürlich wieder auf meine, äh, verstärkte Minekin, ist ja klar. Naja, ist ja immer so, weil der das weiß, gell, weil den Schein kann er vorher ja nicht sehen. Sauer diesen kaputt, die da unten drin waren. Der sieht alles durch. Puh, jetzt ist grad mal abgewehrt, ne? Mhm. Und ich stell schon wieder nach. Ach, unten kommt schon wieder was. Scheine an. Tommy, geh nach unten. Moin. Wo? Ah, da. Schau mal, dass ich oben ein bisschen bleib. Ich geh auf den Troll. Er schießt sie! Ich schicke ihn mit schwarzen Pfeilen zurück, wo er herkommt. Jetzt kommt der grad gar nix. Oh, jetzt geht's nicht hinterher. Sind die dumme! Haha, er dreht um, nee, er dreht nicht um. Toni, geh nicht zu weit nach vorne. Ja, okay. Jetzt ficken sie dich und dann ist alles. Gut, dass sie bei mir nicht kommen. Auch wenn sie hier... Alter! Wieso greifen die das nicht an? Direkt vor meiner Tür ist da so'n Anmarding. Warum ist er schon wieder? Oder so? Wow. Wow, mein Wagen kommt raus und hat fast kein Leben mehr. Bewegt deinen Dreck hinter. Da sind sie! Krass. Euch kommt gar nix, oder wie? Nee, bei mir kommt zum Glück nix. Der baut nur die ganze Zeit Scheiße hin. Ja, bei mir logischerweise nicht. Ich bin damit dick. Der baut nur die ganze Zeit irgendeinen Scheiße. Ja, das war's um euch! Zum Glück. Ja, jetzt hab ich da nen Fass hingeschmissen. Das könnte da ja so brennen. Moment. Ich muss da nur kurz zu was hinsetzen, dann brenn's da. So, jetzt muss es da brennen. Und wenn nicht, dann schummelt er. Natürlich schummelt er. Nichts. Ich bin damit, dann bin ich hier. Ich bin damit, dass ich bald meinen Held kann! Ja, dauert noch ein bisschen. Ja, bei mir dann auch noch ein bisschen. Ich hab' mein Schock. Ich heil mal. Perfekt. Ja, genau. Hätte er es nicht früher machen können. Wir jagen unseren Baumeister! Sein Arsch macht ja. Feind ist ja... Wir erledigen das! Dieser Scheißdreck, er macht den gleich kaputt. Wahnsinn! Was macht er kaputt? Happy, da ist was. Ja, jetzt hat er mein Entgebäude kaputt gemacht. Ah, mit dem letzten Scheißdreck? Und Wolf!